Der Leichtbautraum. Das Ding ist 110 Kilo leichter als ein Serien-M3. Den BMW M3 CSL haben wir in der Ausgabe August 2002 vorgestellt. Der damalige Titel lautete das federleichte Spielmobil. Unter Volllast fühlt man sich darin wie in einem DTM-Auto der 90er Jahre. Kohlefaser verstärkter Kunststoff, wo es nur möglich war. 4,9 Sekunden von 0 auf 100, 280 Spitze. Was für eine Fackel. 7 Minuten 50 Sekunden für die Nürburgring-Nordschleife. Das sagt ja wohl wirklich alles. 8 Minuten 50 Sekunden für die Nürburgring-Nordschleife. 8 Minuten 50 Sekunden für die Nürburgring-Nordschleife.